Die Fun Cup von Heiko jetzt hier am Start, die hat er mit Folie überspannt, da steckt viel Arbeit drin, ein Winterprojekt. Und die sehen wir jetzt hier fliegen. Die Maschine hat eine Besonderheit, die hat einen Fallschirmspringer an Bord und der soll da oben raushopsen. In der Erwartung, dass das funktioniert. Wir hatten beim vorangegangenen Versuch Probleme gehabt. Funktioniert wieder nicht, ne? Da ist er raus! Da ist er! Warum geht der nicht auf? Wahrscheinlich, weil er jetzt so verknüttelt wird. Fallschirmsprung habt ihr gesehen. So, der Fallschirm ist raus, der hat sich zwar nicht eröffnet, aber jetzt gucken wir uns hier nochmal die Fun Cup an, die hat ein wunderschönes Flugbild hier jetzt. Bisschen kaltes jetzt, Mitte Februar, 5 Grad plus, Sonne satt, leichter Wind. Die Maschine wird geflogen an 3S, ne? Standard-Antriebs-Set, ne? Oder? Die ist da mit, äh, zu liefern, der ist von Torxstar. Ist der Torxstar? Achso, von Nattera wahrscheinlich. Nattera-Modell, der Antriebsstrang, äh, Torxstar. Ja, müsst ihr mal gucken. Die fragen ja ein bisschen genau die Daten dafür. Ist Andreas jetzt hier vor Ort irgendwo? Ja. Andreas, was, die Maschine, was hat die Maschine für, für einen Antrieb drin hier von Heiko? Den gleich wie bei mir, aber das ist, ich sag mal, ich weiß nicht, ob die 1.100 kV hat oder... 1.100 kV an einer... Jedenfalls hat sie 1.200 Gramm Schub. 1.100 kV Motor an einer... 7... 13x8. 13x8. Luftschrauber und äh, 3S, ne? Ja. Regler 60 Ampere. 40. 40. So, jetzt haben wir die Daten zusammen, hier für alle, die es interessiert. Fun Cup. Flugzeit, Heiko? 10 Minuten. 10 Minuten. Kommt ja auch immer drauf an, wenn... Kommt drauf an, also wenn du ein bisschen mehr segelst... Kann noch länger fliegen, Thermik und Gegenwind. Ja, die Fun Cup sowieso gutmütig, ist ein Trainer. Ich hab ja die gleichen als Bremsfallschirme von Kaufland. Und die brauchst, die musst du richtig kompliziert packen. Wie ein richtiger... Schön die Sonne von hinten, hier die Farben heute. Gestern hat er sich immer ja... Zeige ich euch jetzt mal, ja? Ja? Der hinkt ja nicht, der ist ja tot. Also das komplizierte Packen sieht ungefähr so aus. Ah ja. Ich hab alles ausprobiert. Aufrollen. Funktioniert wirklich. Und dann... Und dann so. Und dann ging das Ding, gehen die bis jetzt immer... Oh, mach mal hoch. Mach mal hoch, wenn wir sehen. Eeeee! Eee! 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 Nee, ist runtergefallen schon. Nee, wirklich langziehen und aufwickeln. Dann fährst du. Landeranflug. Heiko, hast du gehört, ja? Nee. Wie so, oder was? So smooth hier gelandet. So, wir müssen noch mal einen Abhub testen.